Weisheit und Mitgefühl Die Weisheit des Buddhismus gründet sich auf das Streben, sich im Leben von allen Täuschungen freizumachen, die ihren Ursprung in Begierde, Hass und Unwissenheit haben. Stattdessen soll der Mensch die wahre Natur der Dinge erkennen lernen. Der Buddhismus beschreibt eine Welt, die sich ständig verändert und in der alles miteinander verbunden ist und in Beziehung steht. Er verwirft die Vorstellung eines festen, unveränderlichen Selbst, das isoliert vom Rest der Welt auf der Jagd nach Befriedigung der eigenen Bedürfnisse ist. Diese Vorstellung sei die Quelle von Täuschung und Leiden. Gibt man die Illusion eines von der Umwelt getrennten Selbst auf, so führt das stattdessen zu einer Sicht der Wirklichkeit, in der man sich mit allen lebenden Wesen verbunden fühlt, weil man sich als Teil eines größeren Ganzen versteht. Das führt zu einem Selbstverständnis, das sich auf Beziehungen gründet. Buddhistische Spiritualität führt zu einem natürlichen Mitgefühl mit allem, was leidet, und somit Freude am Glück der anderen. Die Suche nach der Wirklichkeit bleibt dabei jedoch immer die Sache des Einzelnen. Jeder wird ermutigt, dem Pfad so zu folgen, wie es ihm persönlich entspricht. Die Lehren des Buddhismus besitzen letztendlich in vielen Teilen universelle Gültigkeit. Sie können somit für jeden Menschen, unabhängig von seiner Konfession, zur Quelle von tiefen spirituellen Einsichten werden, aus denen man Kraft für den Alltag gewinnen kann. Inhalt der Lehre des Buddha ist der Weg zur Erlösung vom Leiden, dem alle lebenden Wesen in der Welt unterworfen sind. Der Begründer der buddhistischen Religionsgemeinschaft war der indische Prinz Siddhartha Gautama, oder Siddhartha Gautama, der im 5. Jahrhundert vor Christus im nördlichen Indien lebte und lehrte. Von ihm heißt es, dass er den Weg zur Befreiung vom Leiden in tiefer Versenkung erkannt hat, indem er das wahre Wesen unserer Welt durchschaute und damit dem Kreislauf von Leben, Tod und Wiedergeburt ein Ende setzte. Deshalb wird er Buddha, der Erwachte oder der Erleuchtete genannt. Es gibt bei den Buddhisten keine Vorstellung von einem höchsten Gott, der die Welt erschaffen hätte oder sie regierte. Und daher kann es auch keine Offenbarung eines höchsten Gottes geben, wie sie in den Heiligen Schriften der Juden, Christen und Muslime bezeugt wird. Wenn die Buddhisten von Göttern sprechen, so sind damit nur höhere Wesen endlicher Lebensdauer gemeint, die eine von mehreren verschiedenen Daseinsformen im anfanglosen Kreislauf von Existenz, Leiden, Tod und Wiedergeburt angenommen haben. Götter sind mithin unerlöste Wesen wie wir Menschen auch. Der erhabene Buddha, der den Weg zur Erlösung gefunden hat, ist allen anderen Wesen durch sein selbst errungenes Wissen über den Weg zur Erlösung überlegen. Der Buddha lädt seine Schüler dazu ein, seine Erkenntnis des Weges zur Erlösung selbst nachzuvollziehen. Das heißt, sich die seiner Lehre zugrunde liegenden Wahrheiten anzueignen und ihre Gültigkeit zu prüfen, indem sie seiner Lehre folgen und sich damit auf den Weg zur Erlösung begeben. Für Glauben an offenbartes Wissen, wie es etwa Christentum und Islam fordern, ist hier kein Platz. Denn Glaube allein bewirkt nach buddhistischem Verständnis nichts. Von Anfang an drängte Buddha seine Anhänger dazu, sich nicht von ihm abhängig zu machen, sondern sich stattdessen auf den Dharma zu verlassen. Seid euch selbst eine Insel, seid euch selbst eine Zuflucht. Sucht nicht nach einer Zuflucht außerhalb von euch, denn der Dharma ist eure Insel. Es gab ohnehin keine Trennung zwischen den beiden, denn Buddha hatte auch Folgendes gesagt. Wer mich sieht, der sieht den Dharma, und wer den Dharma sieht, der sieht mich. Dennoch sollten die Menschen ihm zufolge weder ihn selbst noch irgendeinen anderen Lehrer beim Wort nehmen. Vertraut beeindruckenden Persönlichkeiten oder hochgeachteten Gurus nicht blind, sondern prüft jedes Thema selbst. Wenn ihr wisst, dass etwas heilsam und nutzbringend ist, dann solltet ihr es akzeptieren und in die Praxis umsetzen. Letztlich sollten seine Anhänger sogar seine Lehren beiseite schieben, sobald sie ihren Zweck erfüllt hatten. »Seht den Dharma wie ein Floß«, sagte Buddha. »Ihr nutzt es, um über den Fluss zu kommen. Aber wenn ihr sicher am anderen Ufer angekommen seid, lasst ihr es dort liegen. Ihr tragt es nicht mit euch herum. Wenn ihr das Nirvana erreicht habt, wofür braucht ihr das Floß dann noch?« Buddha war vor allem ein pragmatischer Mensch. »Ich lehre nur etwas über das Leiden und über das Ende des Leidens«, sagte er häufig. Wenn wir uns in Disziplin üben, heißt das nicht, dass wir bestimmte Handlungen unterlassen, weil sie verboten sind. Es geht vielmehr darum, dass wir über die Folgen nachdenken, die unser Denken und Tun auf kurze, mittlere und lange Sicht haben. Dann werden wir feststellen, dass bestimmte Handlungen nicht sinnvoll sind, weil sie für uns und andere Wesen Leiden hervorrufen. Diese Art der ethischen Disziplin fußt auf Nachdenken und Analyse. Daher ist sie auch leichter einzuhalten als ein Regelwerk von Vorschriften, das sich nur auf die Angst vor Strafe stützt. wahre ethische Disziplin beruht auf der Einsicht in die letztendlichen Konsequenzen unseres Handelns. Der Glauben an die moralische Wirksamkeit bloßer äußerer Regeln und Riten bildet nach des Buddhas Lehre ein mächtiges Hindernis auf dem Wege zum inneren Fortschritt. Wer nur zu äußeren Übungen seine Zuflucht nimmt, befindet sich auf einem völlig verkehrten Pfad. Der absolute Fortschritt auf dem Wege zur Heiligkeit hängt eben ab von der Reinheit der Sittlichkeit, Geistestraining und Einsicht. Blinder Glaube an äußere Regeln und Riten ist der Grund und Anlass zu vielem unermesslichen Leiden und Elend in der Welt. Er führt zur geistigen Stumpfheit, Fanatismus und Intoleranz, zur Überheblichkeit und Geringschätzung anderer, wie uns die Geschichte des Mittelalters zur Genüge zeigt. Dieser Glaube an Äußerlichkeiten stumpft das eigene Denkvermögen ab und lähmt jedes höhere Streben im Menschen. Es macht ihn zum geistigen Slaven und begünstigt jede Art Heuchelei. Der Buddha hat sich hierüber klar und unzweideutig ausgesprochen mit den Worten »Nimmermehr mag der im Wahn befangene Mensch Läuterung finden durch bloßes Studium von heiligen Texten oder durch Opfer an Götter, durch Fasten, auf dem Boden schlafen, schwierige und anstrengende Nachtwachen oder durch das Aufsagen von Gebeten. Weder Gaben an Priester noch körperliche Kasteiung noch Befolgung von religiösen Regeln und Riten können dem von Gier erfüllten Läuterung bringen. Und nicht durch Genuss von Fleisch und Fisch wird man unrein, sondern durch Trunksucht, Störigkeit, Scheinheiligkeit, List, Neid, Überheblichkeit, Verachtung anderer und üble Gesinnung wird der Mensch unrein. Ferner, zwei Extreme ihr Mönche hat der Hauslose zu meiden, Hingabe an sinnliche Genüsse und Hingabe an Selbstquälerei. Diese beiden Extreme verwerfend hat der Vollendete den mittleren Pfad entdeckt, der sehend und wissend macht und zum Frieden zur Durchdringung, Erleuchtung und Erlösung führt. Da der Buddha nun lehrt, dass jeder echte Fortschritt auf dem Pfade der Tugend notwendigerweise von der eigenen Erkenntnis und Einsicht abhängt, insoweit schließt eben des Buddhas Lehre jeglichen Dogmatismus aus. Blinder Autoritätsglaube wird von dem Buddha auf das Äußerste verworfen, da er eine Hemmung des Fortschritts bildet und dem Sinn des Pfades der Erlösung völlig widerspricht. Wer bloß glaubt oder wiederholt, was andere herausgefunden haben, einen solchen vergleicht der Buddha mit einem Blinden. Wer auf dem Pfad der Erlösung einen Fortschritt erzielen möchte, hat eben die Wahrheit selber zu erkennen und zu verwirklichen. Ohne eigene Erkenntnis ist ein absoluter Fortschritt unmöglich. Die Lehre des Buddha ist vielleicht die einzige religiöse Lehre, die keinerlei Glauben an Traditionen oder gewisse geschichtliche Begebenheiten fordert. Sie appelliert lediglich an das Verständnis eines jeden Menschen. Denn wo immer es denkfähige Wesen gibt, da können die von dem Buddha verkündeten Wahrheiten erkannt und verwirklicht werden, ohne Anbetracht von Rasse, Land, Nationalität oder Beruf. Diese Wahrheiten haben eine universelle Gültigkeit und sind an keine bestimmte Kultur und keine bestimmte Epoche gebunden. In jedem, selbst in dem moralisch tiefstehendsten Verbrecher, schlummert die Möglichkeit, diese Wahrheiten selber zu erkennen und zu verwirklichen und die höchste Vollendung zu erreichen. Ja, wer auch immer ein edles Leben führt, ein solcher hat bereits von der Wahrheit gekostet und wandelt, mehr oder weniger, auf dem achtfachen Pfad der Erlösung, auf dem alle edlen und heiligen Menschen gewandelt sind, jetzt wandeln und wandeln werden. Das universelle Tugendgesetz gilt für jeden, ohne Unterschied, ganz einerlei, ob einer sich Buddhist, Hindu, Christ oder Mohammedaner nennt oder sich mit irgendeinem anderen Namen bezeichnet. Es ist die innere Verfassung des Menschen und seine Willenstätigkeit, die zählen, nicht aber ein bloßer Name. Der wahre Jünger des Buddha ist frei von jeder Theorie, frei von jedem Dogmatismus. Er ist ein Freidenker im edelsten Sinne des Wortes. Er verfällt weder positiven noch negativen Dogmen, denn er weiß, dass beides bloße Meinungen, bloße Ansichten sind, die der Verblendung und Selbsttäuschung entsprungen sind. Im Buddhismus gibt es keine Sakramente, keine Opfer für Gott oder Götter. Blumen, Eucherstäbchen und die Rezitationen der Sutras sind Ausdruck der Verehrung des Menschen Buddha und seiner Lehre. Buddhistische Rezitationen sind keine Gebete, da es keine übergeordnete Instanz gibt, die man um Hilfe bitten könnte, deren Wohlwollen man durch Opfer oder gefälliges Verhalten erringen könnte. Buddhistische Rituale haben den Zweck, den Zelebrierenden mit seinem eigenen Weisheitspotenzial in Verbindung zu bringen. Einen Gottesdienst gibt es nicht. Die Worte Gottesdienst oder Anbetung existieren nicht in der buddhistischen Terminologie. Wenn jemand die Hände auf diese Weise zusammenlegt und sich vor dem Bild des Buddha verbeugt oder ihm Blumen bringt, so sagt er damit, ich achte und ehre die Erinnerung an diesen großen Lehrer. Und es ist ein asiatischer Brauch, jemandem seine Ehrerbietung mit Blumen und mit dieser Gäste zu erweisen. Die meisten westlichen Menschen wissen nicht, dass diese Gäste die übliche Gäste des Grüßens ist. So grüsse ich meine Freunde und Freundinnen, aber das hat nichts mit Anbetung zu tun. Kein Buddhist betet den Buddha an, sondern er folgt seiner Lehre. Der Stellenwert eines rational begründeten Verständnisses Generell betont der Buddhismus, wie wichtig es ist, im Umgang mit jedem beliebigen Untersuchungsgegenstand ein rational begründetes Verständnis zu entwickeln. Dem liegt schlicht die Annahme zugrunde, dass ein besseres Verständnis der Dinge positive Auswirkungen auf unser Herz und unseren Geist hat und dass erst durch eine Erweiterung unseres Verständnis- und Wissenshorizonts der innere Wandel tatsächlich vollzogen wird. Darum heißt es, viele tiefgründige Ebenen spiritueller Verwirklichung seien das Ergebnis von Wissen, Einsicht und Verständnis. Die Entwicklung von Einsicht wird somit als ein entscheidendes Element des gesamten spirituellen Weges angesehen. Die Mission des Buddha Die Frage, weshalb die Lehre des Buddha so viele Menschen aus allen Gesellschaftsschichten im Nordosten Indiens anzog, ist auch heute noch für uns relevant. Denn wir leben in einer Zeit, in der der Buddhismus eine wachsende Anzahl von Menschen stark anspricht, und zwar besonders jene, deren innere Reife und Fähigkeit zur Reflexion sie gegenüber den Ansprüchen der Offenbarungsreligionen gleichgültig machen. Ich glaube, der bemerkenswerte Erfolg des Buddhismus sowie sein zeitgenössischer Aspekt können hauptsächlich im Hinblick auf das Ziel der Lehre und ihre Methodologie verstanden werden. Westlich geprägte Kulturen haben jahrhundertelang wie selbstverständlich angenommen, dass die größte Herausforderung der Menschheit darin besteht, die Natur zu erobern und sich untertan zu machen. Die traditionelle östliche Einstellung könnte gegensätzlicher nicht sein. Sie sieht den Menschen als Teil der Natur, nicht als ihren Gegenspieler. Was wir heute brauchen, sind eine Philosophie und eine Religion, die diese ganzheitliche Sicht fördern, eine Sicht, die nicht nur das Individuum einschließt, sondern den ganzen Kosmos. Anders als die Offenbarungsreligionen, die auf Vertrauen in unverifizierbare Doktrinen beruhen, formuliert der Buddha seine Lehre auf eine Art, die das kritische Problem im Herzen der menschlichen Existenz direkt anspricht. Das Problem des Leidens. Und der Buddha verspricht, dass jene, die seiner Lehre bis zu Ende folgen, auch das höchste Glück und den tiefsten Frieden erfahren werden. Alle anderen Belange, wie etwa theologische Dogmen, metaphysische Feinheiten, Rituale und Regeln der Verehrung, schiebt der Buddha als irrelevant zur Seite, sofern es um die dringliche Aufgabe geht, nämlich das Problem des Leidens zu ergründen. Diese pragmatische Ausrichtung der Lehre wird durch eine Stelle in den Texten klar belegt. Ein Mönch namens Malunkia Putta grübelte einmal über große metaphysische Fragen nach, die Welt ewig oder nicht ewig, unendlich oder endlich sei, und so weiter, und fühlte sich unglücklich, weil der Buddha sich geweigert hatte, darauf zu antworten. Deshalb ging er eines Tages zum Meister und sagte, entweder ihr beantwortet mir diese Fragen oder ich verlasse den Orden. Darauf sagte der Buddha, dass das spirituelle Leben nicht von den Antworten auf diese Fragen abhinge, die lediglich von der wirklichen Herausforderung, dem Weg zu folgen, ablenkten. Dann verglich er den Metaphysiker mit einem Mann, der von einem vergifteten Pfeil getroffen wird und der zudem von seinen Verwandten herbeigerufenen Chirurgen sagt, sie dürften den Pfeil erst entfernen, nachdem sie mir den Namen des Mannes gesagt haben, der auf mich schoss, ferner die Art des benutzten Pfeils, das Material, aus dem er gefertigt wurde, und die Art von Gift, die benutzt wurde. Dieser Mann, so sagte der Buddha, würde sterben, bevor der Pfeil entfernt werden könnte. Ebenso würde der vom Pfeil des Leidens getroffene Metaphysiker sterben, ohne den Weg zur Freiheit gefunden zu haben. Der Buddha macht nicht nur das Leiden und die Erlösung vom Leiden zum Mittelpunkt seiner Lehre, sondern er behandelt das Problem des Leidens auf eine Art, die einen außergewöhnlichen Grad an psychologischer Einsicht zu erkennen gibt. Wie ein Psychoanalytiker führt der Buddha das Leiden auf seine Wurzeln in unserem Geist und unserem Herzen zurück, auf unser starkes Verlangen und Festhalten, und er behauptet, dass die Heilung, die Lösung des Problems des Leidens, ebenso innerhalb unseres Geistes und unseres Herzens erlangt werden muss. Da das Leiden aus unseren eigenen mentalen Verunreinigungen entsteht, müssen wir uns von eben diesen Verunreinigungen befreien, von unserer Gier, unserem Hass und unserer Unwissenheit. Und dies fordert tiefe innere Ehrlichkeit. Während andere Religionen uns nach außen führen, zu Ideen über eine Gottheit, die unser Schicksal bestimmt, oder zu hohen philosophischen Abstraktionen, wie die Idee des Universalen Selbst oder eine nicht-duale Realität, in der alle Gegensätze aufgehoben sind, führt uns der Buddha zurück zu uns selbst, wobei seine Lehre immer in Einklang mit den harten Fakten der Erfahrung steht. Im Vordergrund seiner Analyse steht der Geist. Der Buddha sagt uns, dass unser Geist unser Handeln formt, unser Schicksal gestaltet, uns zu Elend oder Glück hinführt. Einige Menschen betrachten den Buddhismus im strengen Sinn nicht als Religion, weil es aus buddhistischer Sicht keinen Schöpfergott gibt. Ein westlicher Geistlicher sagte mir, Buddhismus ist keine Religion, sondern eine Wissenschaft des Geistes. Von diesem Standpunkt aus gehört der Buddhismus nicht zur Religion. Ich finde das bedauerlich, aber in jedem Fall weist es darauf hin, dass der Buddhismus näher an die Wissenschaft gerückt ist. Aus rein wissenschaftlichem Blickwinkel wird der Buddhismus als eine Spielart des spirituellen Weges betrachtet. Auch dies ist bedauerlich, dass wir nicht zur Kategorie der Wissenschaft gehören. So gehört der Buddhismus weder zur Religion noch zur reinen Wissenschaft. Aber gerade diese Situation gibt uns die Gelegenheit, eine Brücke zwischen Glauben und Wissenschaft zu schlagen. Folgende Frage wird immer wieder gestellt. Ist der Buddhismus Religion oder Philosophie? Doch als was man ihn bezeichnet, das ist unwesentlich. Der Buddhismus wird kein anderer, wenn wir ihm ein anderes Etikett aufkleben. Das Etikett hat keine Substanz. Genauso wenig braucht die Wahrheit ein Etikett. Die Wahrheit ist weder buddhistisch noch christlich, noch hinduistisch oder moslemisch. Sie ist nicht irgendjemandes Alleinbesitz. Diese Art des sektiererischen Denkens stellt ein ernstes Hindernis für ein unvoreingenommenes Verstehen der Wahrheit dar und führt lediglich dazu, dass schädliche Vorurteile im menschlichen Geist entstehen. Die Ablehnung metaphysischer Überlegungen ist der Hauptgrund, aus dem immer wieder die Frage aufgetaucht ist, ob der Buddhismus ursprünglich überhaupt als Religion oder Philosophie konzipiert sei. Schließlich ist in seinem Lehrgebäude, im Gegensatz zu dem der anderen Weltreligionen, kein Platz für einen Gott vorgesehen. Einige Interpreten haben im frühen Buddhismus eine Psychologie mit scharfsinniger Diagnostik erkannt. Treffend folgerte der Buddhologe Etienne Lamotte, Der große Buddha ist der große Arzt. Der Dharma ist das Heilmittel. Der Sangha ist der Krankenpfleger, der das Heilmittel verabreicht. Dabei verneint Buddha keineswegs die Existenz Brahmas, der höchsten Gottheit der spätwedischen Zeit, schildert ihn jedoch als ebenso wie alle Sterblichen dem Wandel und den karmischen Bedingungen und damit der Vergänglichkeit unterworfen. Der Großteil aller religiösen Prinzipien ist aus der Beobachtung der menschlichen Gefühle und Verhaltensweisen entstanden. Sie wurden formuliert, um die Entwicklung menschlicher Qualitäten wie Mitgefühl, Güte und Freundlichkeit zu fördern. Die buddhistische Lehre und Praxis zielt darauf ab, das Nirwana zu erkennen, was gleichbedeutend mit völliger Befreiung vom Leiden ist. Dass wir dieses Ziel erreichen wollen, heißt jedoch nicht, dass wir unsere äußeren Daseinsumstände vernachlässigen. Denn wenn unsere Lebensumstände positiv sind, können wir anderen Wesen leichter helfen. So ist es beispielsweise unmöglich, ohne Geld zu leben. Es geht ja nicht darum, die Bedeutung des Geldes in Frage zu stellen, sondern ihm einen angemessenen Platz im eigenen Leben zuzuweisen, es also nicht als allmächtige Gottheit zu betrachten. Es ist lediglich falsch zu glauben, dass es unsere wesentlichen Bedürfnisse erfüllen kann. Am wichtigsten ist es, einen gesunden Geist zu haben, der in positiver Weise arbeitet, ein friedvolles Herz also. Der Rest kommt dann von selbst. Der buddhistische Weg der Kultivierung von Freundlichkeit und Intelligenz bis zum hohen Ziel des vollkommenen Mitgefühls und der vollkommenen Weisheit ist mit viel psychologischem Lernen, mit Selbsterforschung und Selbsterkenntnis verbunden. Doch ohne die Praxis der Meditation wäre dies nur gedankliche Beschäftigung. Erst das Stillhalten des Geistes gewährt jenen Überblick, der die Selbstumklammerung des Ich zu lösen vermag. Das ist das Ziel des buddhistischen Weges. Kein Jenseits, kein Paradies, nicht ewiges Glück oder ewige Ruhe, sondern überwachsen von Gier, Aggression und Ignoranz. Nirvana ist ein Zustand. Nirva heißt vergangen, verweht, nicht mehr vorhanden. Die Diskussion über das Ziel der Lehre des Buddha führt uns zu den Merkmalen der Lehre. Eines ihrer anziehendsten Merkmale, das eng mit ihrer psychologischen Ausrichtung verbunden ist, ist die Betonung des Selbstvertrauens. Für den Buddha besteht der Schlüssel zur Befreiung in geistiger Reinheit und richtigem Verständnis. Aus diesem Grund lehnt er die Meinung ab, dass das Heil dadurch erreichbar wäre, dass wir uns an irgendeine äußere Autorität anlehnen. Er sagt, man selbst tut das Böse, man selbst verunreinigt sich, man selbst unterlässt das Böse, man selbst reinigt sich. Reinheit und Verunreinigung hängen von einem selber ab. Niemand kann einen anderen reinigen. Diese Betonung der eigenen Anstrengung, unserer Fähigkeit zur Selbstbefreiung, ist ein deutliches Merkmal des frühen Buddhismus und stellt eine bemerkenswerte Bejahung der menschlichen Möglichkeiten zur eigenen Befreiung dar. Der Buddha nimmt keinen göttlichen Status für sich selbst in Anspruch, auch behauptet er nicht, dass er ein Mittler für das menschliche Heil sei. Er beansprucht, nicht ein persönlicher Retter, sondern ein Führer und Lehrer zu sein. Ihr selbst müsst euch bemühen, der Erwachte weist nur den Weg, jene, die ihren Geist sammeln und den Weg gehen, werden befreit von den Fesseln des Todes. Immer wieder lehrte er eindringlich seine Schüler, seid euch selbst eine Insel, nehmt zu euch selbst Zuflucht, schaut nicht auf irgendeine äußere Zuflucht. Sogar auf seinem Totenbett gab er seiner Gefolgschaft diesen letzten Rat. Alle bedingten Dinge unterliegen dem Verfall, erlangt das Ziel durch Fleiß. Da Weisheit oder Einsicht das Hauptinstrument zur Erwachung ist, fordert der Buddha seine Schüler immer auf, ihm nach Maßgabe ihres eigenen Verständnisses zu folgen, nicht aber aus Gehorsam oder blindem Vertrauen. Er lädt die Fragenden ein, sie im Lichte ihrer eigenen Vernunft und Intelligenz zu untersuchen und sich ihre Wahrheit selbst bestätigen zu lassen. Der Buddha kam einmal in die Stadt der Kalama, die schon von vielen anderen Asketen besucht worden war. Jeder Lehrer hatte seine eigene Doktrin hervorgehoben und die Ansicht seiner Rivalen herabgezogen. Dadurch waren die Kalama völlig verwirrt. Als der Buddha kam, gingen sie zu ihm, erklärten ihr Dilemma und fragten, ob er ihnen nicht raten könne. Der Buddha lobte seine eigene Lehre nicht, noch griff er jene Lehrer an. Er sagte ihnen vielmehr, geht nicht nach Tradition, nicht danach, was einer dem anderen nachspricht, nicht nach Hörensagen, nicht nach der Autorität von Schriften, nicht nach Spekulationen, nicht nach bloßen logischen Schlüssen, nicht danach, ob euch eine Meinung gefällt, nicht nach dem Anschein der Wahrscheinlichkeit, nicht nach einem Asketen oder Guru, sondern, wovon ihr bei euch selber einsehen könnt, diese Eigenschaften sind heillos, tadelhaft, werden von Verständigen missbilligt, diese Dinge führen, ausgeführt und unternommen zum Unheil, zum Leiden, das gebt auf. Buddhismus zu praktizieren bedeutet, den Kampf zwischen negativen und positiven geistigen Kräften aufzunehmen. Jemand, der meditiert, versucht folglich, die negativen Kräfte zu schwächen und die positiven zu entwickeln und zu stärken. Es gibt keine physiologischen Kriterien, mit deren Hilfe sich der Fortschritt im Kampf zwischen den positiven und negativen Kräften messen ließe. Eine Änderung beginnt, wenn sie zum ersten Mal ihre falschen Vorstellungen und Illusionen aus denen Gefühle wie beispielsweise Ärger und Neid resultieren, identifizieren und anerkennen. Der nächste Schritt besteht dann darin, die Gegenmittel für diese Täuschungen kennenzulernen und dieses Wissen kann man erlangen, indem man auf die Lehren hört. Es gibt keinen einfachen Weg, um falsche Vorstellungen und Selbsttäuschungen aufzulösen, man kann sie nicht operativ entfernen. Sie müssen erkannt und als Realität akzeptiert werden. Dann ist es möglich, sie durch die Anwendung der Lehren nach und nach zu vermindern und schließlich ganz aufzulösen. Diese Lehren schlagen Methoden vor, mit deren Hilfe man sich aus eigener Kraft von falschen Vorstellungen befreien kann. Sie stellen einen Weg dar, der schließlich von jeglichem Leiden befreit und zum Glück der Erleuchtung führt. Je besser man das Dharma, das heißt, die buddhistischen Lehren versteht, desto eher vermag man sich aus der Umklammerung durch Stolz, Hass, Gier und andere negative Emotionen zu lösen, die so viel Leiden verursacht. Wendet man dieses Wissen im Alltag über Monate und Jahre hinweg an, wird sich der Geist allmählich verwandeln, denn er hat die Fähigkeit, sich zu verändern, auch wenn es manchmal nicht den Anschein hat. Der Sanskrit-Ausdruck Dharma bedeutet das, was trägt. Bei allem, was existiert, handelt es sich um Dharmas, Phänomene, die über eine bestimmte Eigenheit oder ein Kennzeichen verfügen. Auch bei einer Religion lässt sich in einem bestimmten Sinn von einem Dharma sprechen, wenn sie Menschen vor Unheil bewahrt oder schützt. Im Folgenden soll sich der Ausdruck Dharma auf Letzteres beziehen. Grob gesagt ist jede Handlung durch Körper, Rede oder Geist höherwertig bzw. gut und ein Dharma, wenn man durch sie beschützt oder vor verschiedenen Arten von Unheil bewahrt wird. Das Ausüben solch einer Handlung ist die Praxis des Dharma. Buddhismus ist Erziehung, nicht Religion. Wir verehren den Buddha nicht als göttliches Wesen, wir achten ihn als unseren Lehrer. Seine Lehren ermöglichen es uns, das Leiden hinter uns zu lassen und Glück zu erlangen. Was bedeutet Buddha? Buddha heißt Erleuchtung, Verstehen. Vollständiges Verstehen bedeutet, dass ein Mensch die Wahrheit über das Leben und das Universum erkennt, wenn er sich jenseits aller Verblendungen befindet. Ein törichter Mensch, der seine Dummheit erkennt, ist insofern schon weise. Doch ein Dummkopf, der sich für weise hält, ist wahrlich ein Narr. Ein dummer Mensch kann sein ganzes Leben lang mit weisen Umgang haben und doch den Pfad zur Weisheit nicht erkennen, so wie der Löffel nicht weiß, wie die Suppe schmeckt. Wenn aber ein Mensch Augen hat und sieht und nur einen kurzen Augenblick mit einem Weisen zusammen ist, so erkennt er als bald den Pfad zur Weisheit, so wie die Zunge den Geschmack der Suppe erfährt. Um angemessen handeln zu können, müssen neben den verschiedenen Methoden zur Entwicklung von Mitgefühl auch Einsicht und Weisheit angestrebt werden. Einsicht und Weisheit sind unverzichtbar, wenn wir die wahre Natur der Dinge verstehen wollen, die grundlegende Natur unseres Geistes. Eine korrekte Einschätzung dessen, was Sie empfinden oder erleben, ist nur dann möglich, wenn Sie ein Objekt oder eine Situation aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. So entwickeln Sie eine von Einsicht getragene Haltung den Dingen gegenüber und legen jede zwanghafte Reaktion oder negative Emotion ab. Das Ziel buddhistischer Psychologie ist es, uns zu einem klaren Blick zu verhelfen. Wenn wir uns in den Schleiern der Täuschung verfangen, können wir häufig nicht einmal das klar erkennen, was auf der Hand liegt. Arantzah beschrieb diesen Zustand so. Es ist, als ritten wir auf einem Pferd und fragten uns, wo das Pferd ist. Eine der erstaunlichsten Erkenntnisse, die wir der modernen Psychologie verdanken, ist, wie falsch wir doch mit unserer normalen Wahrnehmung häufig liegen. Häufig sehen wir nur, was wir unbedingt glauben wollen. Die Unwissenheit oder getäuschte Sicht liegt allen anderen unheilsamen Geisteszuständen zugrunde. Anhaftung und Begehrlichkeit entstehen aus der Illusion des Mangels, aus der Unfähigkeit, die eigene Ganzheit und die Fülle des Lebens zu erkennen. Abneigung und Hass hingegen gehen auf die fehlgeleitete Suche nach Sicherheit zurück, auf die fälschliche Annahme, dass Hass unser Leben sicherer macht. Die Wurzel der Unwissenheit aber ist die Illusion, wir seien dieses Begrenzte Selbst, als das wir uns ständig wahrnehmen. Unwissenheit begreift die Welt nicht und vergisst, wer wir wirklich sind. Sie liegt allen unheilsamen Geisteszuständen zugrunde. Befreien Sie sich von der Unwissenheit und sehen Sie sie mit Weisheit. Verstehen ist der Grundstoff, aus dem wir Mitgefühl herstellen. Von welcher Art von Verstehen spreche ich hier? Es ist das Verstehen, dass auch der andere Mensch leidet. Wenn wir selbst leiden, neigen wir leicht zu dem Glauben, dass wir die Opfer anderer Menschen seien und die Einzigen, die leiden. Doch das ist nicht richtig. Der andere Mensch leidet ebenfalls. Auch er hat seine Schwierigkeiten, seine Ängste und Sorgen. Gelingt es uns, den Schmerz in ihm wahrzunehmen, beginnen wir, ihn zu verstehen. Und wenn Verstehen gegenwärtig ist, wird auch Mitgefühl möglich. Nehmen wir uns in unserem alltäglichen Leben ausreichend Zeit, uns um einen tieferen Einblick in die innere Situation des anderen Menschen zu bemühen? Der andere Mensch mag ein Gefängnis Insasse oder ein Wärter können wir wahrnehmen, dass auch der andere eine große Menge Leiden in sich trägt. Vielleicht weiß er nicht, wie er sein Leiden bewältigen kann. Und weil er es nicht zu bewältigen weiß, lässt er zu, dass sein Leiden wächst, wodurch für ihn und die Menschen in seiner Umgebung weiteres Leid entsteht. Durch die Übung der Achtsamkeit könnt ihr Verstehen entwickeln. Und euer Verstehen wird wiederum euer Mitgefühl stärken. Und indem die Energie des Mitgefühls euch hilft, euer eigenes Leiden zu verringern, wächst gleichzeitig eure Motivation, etwas zu tun oder etwas zu lassen, was auch das Leiden des anderen Menschen verringern hilft. Allein die Weise, wie ihr ihn anschaut oder ihm zulächelt, hilft ihm vielleicht, weniger zu leiden und ebenfalls in der Energie des Mitgefühls Vertrauen zu finden. Ich sehe meine Praxis als Übung Mitgefühl zu entwickeln. Ich weiß aber auch, dass Mitgefühl nicht ohne Verstehen möglich ist. Und Verstehen ist nur möglich, wenn wir uns Zeit nehmen, alles tief und eingehend zu betrachten. Meditation bedeutet, intensiv zu schauen, um verstehen zu können. In dem Kloster, in dem ich lebe, steht uns viel Zeit für die Arbeit des intensiven Schauens zur Verfügung. Doch auch in einer Haftanstalt gibt es viel Zeit und viele Gelegenheiten intensives Schauen zu üben. Sie ist sogar eine sehr gute Umgebung, um intensives Schauen zu üben, sodass Mitgefühl als eine befreiende Kraft wachsen kann. Wenn nur einer, vielleicht aber auch zehn oder zwanzig von euch mit fühlendes Schauen übt, bin ich mir sicher, dass ihr diesen Ort im Handumdrehen tiefgreifend verwandeln könnt. Ihr könnt das Paradies hierher bringen, es hier manifestieren, genau hier. Für mich ist das Paradies ein Ort, an dem Mitgefühl gegenwärtig ist. Wenn Mitgefühl in euren Herzen ist, braucht ihr nur ein- und auszuatmen und intensiv zu schauen, um Verstehen herbeizuführen. Ihr werdet zunächst euch selbst verstehen können und euch selbst mit Mitgefühl begegnen. Ihr werdet wissen, wie ihr euer eigenes Leiden bewältigen und gut für euch selbst sorgen könnt. Dann werdet ihr dieses Wissen auch einem anderen Menschen vermitteln können und die Energie des Mitgefühls wird zwischen euch wachsen und erstarken. Auf diese Weise werdet ihr zu einem Buddha, einem Bodhisattva, der Mitgefühl in seine Umgebung hineinbringt und die Hölle in ein Paradies verwandelt. Das Himmelreich Gottes existiert jetzt oder niemals. Dies ist die grundlegende ein, dass ihr hier drinnen über mehr Gelegenheiten verfügt, erfolgreich zu üben, als viele andere Menschen sie an anderen Orten haben. Um unsere negativen Gefühle zu überwinden, müssen wir unseren Verstand einsetzen. Wir müssen lernen, damit wir dank unserer Kenntnisse unsere positiven Gefühle wie Mitgefühl, Güte, Vertrauen und Wohlwollen stärken können. Und doch können wir unseren negativen Emotionen erst dann ein Ende setzen, wenn wir neben der Entwicklung positiver Emotionen uns auch um Weisheit und Einsicht bemühen. Je stabiler unser Geist im Alltagsleben ist, je mehr Ruhe und Zufriedenheit uns erfüllen, desto glücklicher fühlen wir uns. Je weniger Disziplin und Schulung unser Geist erfahren hat, je negativer unsere innere Einstellung ist, desto mehr leiden wir, sowohl auf körperlicher als auch auf geistiger Ebene. Ein glücklicher, geschulter Geist ist also der Schlüssel zum Glück. Wenn wir diesen heiteren und disziplinierten Geisteszustand weiterentwickeln, so dass er ein bestimmtes Niveau erreicht, dann entsteht, was tibetische Buddhisten als Wahrheit vom Weg, der zur Beendigung des Leidens führt, bezeichnen. Der Geist kann von seinen Illusionen befreit werden, weil diese auf einer grundlegenden Unwissenheit in Bezug auf die Dinge und Ereignisse beruhen. Die Weisheit der Unsicherheit befreit uns von dem, was die buddhistische Psychologie das Dickicht aus Ansichten und Meinungen nennt. Da er das Leiden in jenen sieht, die an ihren Überzeugungen hängen, hat der Weise keine festen Ansichten. Ein weiser Mensch entwickelt keinen Stolz auf seine Meinung. Wer könnte sich an jemandem stören, der sich nicht an seine Ansichten klammert? Wer aber an seinen Überzeugungen festhält, geht allen auf die Nerven. Ich stelle mir immer vor, dass der Buddha beim letzten Satz lachte. Achanscha jedenfalls schüttelte den Kopf und lächelte. Ihr habt so viele feste Überzeugungen und leidet so sehr darunter. Warum lasst ihr sie nicht einfach los? Freiheit von festen Überzeugungen ist, als würden wir ein Glas säubern oder frische Luft in einen Raum lassen. Zen-Meister Shunryu Suzuki nennt diesen offenen Geist den Anfängergeist. Wenn wir keine festen Ansichten haben, sind wir bereit zu lernen. Denn was wir in diesem Universum sicher wissen können, ist ohnehin sehr begrenzt. Der koreanische Zen-Meister Zen-San meint, wir sollten diesen Geist des Ich-Weiß-Nicht widerschätzen lernen. Er stellte seinen Schülern Fragen wie Was ist Liebe? Oder Was ist Bewusstsein? Und Wo kommt dein Leben her? Oder Was passiert morgen? Wenn seine Schüler dann antworteten Ich-Weiß-Nicht, sagte Zen-San, Gut, bleib bei diesem Geist des Nichtwissens. Das ist ein offener, klarer Geist. Wenn wir uns in engen Beziehungen auf Annahmen verlassen, verlieren wir die Frische. Ob wir nun Eltern sind oder Liebende, wir sehen immer nur einen kleinen Teil des Anderen, der für uns ein Geheimnis bleibt. Im Grunde kennen wir den Menschen uns gegenüber nicht. Aus dem Anfängergeist heraus lernen wir, den Anderen achtsam zu sehen, frei von den Vorbelastungen unserer Meinung. So hören wir aufmerksamer zu und sehen klarer. Rilke schreibt in seinen Briefen, dass es Augenblicke gebe, wenn etwas Neues, Unbekanntes in uns eintrete. Dann schweigen unsere Gefühle erschrocken still, alles in uns ziehe sich zurück, stille, kehre ein und das Neue, das noch niemand kenne, stehe in der Mitte und schweige. Wenn wir Sterbende begleiten, können wir das nur tun, wenn wir auf jeden Plan verzichten. Manchmal weinen und trauern Sterbende, manchmal sind sie mit Liebe erfüllt, mitunter kämpfen sie gegen den Tod an, dementsprechend können auch die Menschen, die sie begleiten, voller Furcht, Trauer, Zorn oder Schuldzuweisungen sein. Wenn wir dem Sterbenden wirklich Gefährte sein wollen, dann sollten wir fähig sein, Geist und Herz offen zu halten und uns vor der Erfahrung verbeugen, ohne uns ein Urteil zu erlauben. Wenn die Erfahrung eines Menschen einfach kommen darf, wie sie ist, entspannt sich häufig die gesamte Umgebung mit dem Aufscheinen des lichtvollen Mysteriums. Wenn jemand engstirnig ist, sagt man, dass er keine Weisheit besitzt. Nur wer über eine umfassende Sicht der Dinge verfügt, kann als weiser bezeichnet werden. Das Verständnis der wechselseitigen Abhängigkeit der Phänomene, das mit Weisheit und Einsicht einhergeht, erweitert unseren Blickwinkel und verhilft uns zu mehr bewusstem Abstand dem Alltag gegenüber. Eine Weisheitsgeschichte Ein bedeutender Zen-Meister wurde in ein katholisches Kloster zu Unterweisungen eingeladen. Er lehrte die Mönche Meditation und machte ihnen Mut, sich an die Lösung von Quans, klassischen Zen-Rätseln, heranzutrauen. Wenn ihr euch mit vollem Herzen eurer geistigen Entwicklung widmet, dann werdet ihr zweifellos Erfolg haben und tiefes Verstehen erlangen, beteuerte er. Ein alter Mönch bat ihn daraufhin um ein Gespräch. Meister, ich muss euch sagen, dass wir bisher ganz anders praktiziert haben. Unsere Meditationen und Gebete waren sehr einfach, ohne jegliche Anstrengung. Wir warten einfach darauf, dass wir von Gottes Gnade erleuchtet werden. Gibt es denn in eurer Tradition auch so etwas wie erleuchtende Gnade, die einfach über uns kommt? Die Antwort des Zen-Meisters kam ohne Zögern. Im Zen gehen wir davon aus, dass Gott seinen Teil bereits getan hat. Was der Mensch häufig aufgreift und erwägt, danach neigt sich sein Herz. In dieser kleinen Aussage wird erfasst, dass wir den Dingen, denen wir unsere Aufmerksamkeit schenken, dass wir diesen Dingen zugleichen beginnen. Wenn ich meine Aufmerksamkeit an Dinge schenke, die mich aufwühlen, die mich erregen, die mich verängstigen, die mich verstören, dann wird mein Geist diese Verfassungen erleben. Er wird erregt, er wird verängstigt, er wird aufgewühlt. Wenn ich mich mit Dingen beschäftige, die diesen Geist fein werden lassen, die ihn stillen, die ihn besänftigen, dann wird die Qualität dieses Geistes still, feiner und sanfter. In dieser kleinen Aussage finden wir die Grundlage für die gesamte meditative Tradition, nämlich, dass es möglich ist, diesen Geist zu schulen, indem wir ihn dazu anhalten, seine Aufmerksamkeit, seine Achtsamkeit, sein Gewahrsein mit Dingen abzugeben, die ihm heilstauglich sind, also die ihn klarer machen, die ihn stiller machen, die ihn erkenntnisfähiger machen. Darin liegt die gesamte meditative Tradition begründet, in dieser kleinen Aussage. Im Buddhismus wird Ethik so definiert, für das Wohlbefinden der Wesen arbeiten, ihnen weder Unrecht noch Schaden zufügen. Dies ist die Grundlage für eine Haltung des Nicht-Schaden-Wollens, des Mitgefühls und der Liebe allen anderen Wesen gegenüber. Wenn unser letztendliches Ziel ist, so viel wie möglich für andere zu tun, ihnen so viel Gutes wie irgend möglich angedeihen zu lassen, dann müssen wir in jedem Augenblick unseres Lebens tun, was wir können, um diese Fähigkeit zu verwirklichen. Alle Wesen zittern vor der Gefahr, alle Wesen fürchten den Tod, wer das Recht bedenkt, wird nicht töten oder andere dazu veranlassen zu töten. Alle Wesen fürchten die Gefahr, allen Wesen ist ihr Leben lieb. Wer das Recht bedenkt, wird nicht töten oder andere dazu veranlassen zu töten. Wer um seines eigenen Glückes Willen anderen Wesen, die auch nichts anderes suchen als Glück, ein Leid zufügt, wird selbst niemals glücklich werden. Wer um seines eigenen Glückes Willen anderen Wesen, die auch nichts anderes suchen als Glück, kein Leid zufügt, wird Glück erlangen. Mitgefühl als Weg zur Erleuchtung Wenn man von großem Mitgefühl und Herzensgüte tief bewegt und von altruistischen Gedanken im Innersten ergriffen ist, gelobt man sich für die Befreiung sämtlicher Wesen von all dem Leid einzusetzen, dass diese im Daseinskreislauf, jenem Teufelskreis von Geburt, Tod und Wiedergeburt, in dem wir gefangen sind, ertragen müssen. Leid erfahren wir nicht nur in unserer derzeitigen Situation. Aus buddhistischer Sicht haben wir es in unserer gegenwärtigen Daseinssituation als Mensch vergleichsweise leicht, jedoch stehen uns für die Zukunft sehr schwierige Erfahrungen bevor, falls wir diese jetzt sich bietende Gelegenheit ungenutzt verstreichen lassen. Mitgefühl verhilft uns dazu, nicht länger selbstbezogen zu denken. So empfinden wir große Freude und verfallen nie in das Extrem, Glück und Befreiung nur für uns allein anzustreben. Unablässig bemühen wir uns, die Geistesqualitäten und das Weisheitswissen weiterzuentwickeln und zur Vollendung zu bringen. Dank solchen Mitgefühls werden wir schließlich über all die Voraussetzungen verfügen, die wir zur Erleuchtung brauchen. Darum müssen wir in unserer spirituellen Praxis gleich von Anfang an Mitgefühl entwickeln. Wenn wir an einen Menschen denken, oder mit anderen zusammentreffen, sollten wir uns an unseren Vorsatz erinnern, den wir während unserer Meditationssitzung gefasst haben und diesen Menschen mit echter Freundlichkeit begegnen. Wir sollten für alle fühlenden Wesen liebende Güte empfinden. Ihre Freiheit und ihr Glück sollten uns ein wirkliches Anliegen sein. Wenn wir uns auf diese Weise üben, werden viele Probleme, denen wir im Alltagsleben begegnen, einfach verschwinden. Denn die meisten unserer Probleme haben ihren Ursprung darin, dass wir uns selbst für wichtiger als unsere Mitmenschen halten. Aus der Sicht der buddhistischen Psychologie ist Mitgefühl eine völlig natürliche Reaktion, die sich einstellt, weil wir mit allem verbunden sind. Der Buddhismus bezeichnet dies als abhängiges Entstehen. In der Welt der Phänomene ist dies ganz leicht zu erkennen. Im Mutterleib ist jedes Kind auf einer körperlichen Ebene mit der Mutter verbunden. Wird einer der beiden krank, wird es automatisch auch der andere. Auf dieselbe Weise sind wir mit dem Körper der Erde verbunden. Die Mineralien der Erde finden sich im Korn wieder, das wir essen, aber auch in unserem Körper. Die Sturmwolken werden zu unserem Trinkwasser. Der Sauerstoff, den wir ein gemeinsames Schicksal teilen, desto mehr Mitgefühl entsteht in uns, auch für die Erde selbst. In der buddhistischen Psychologie wird Mitgefühl nicht als Ergebnis von Kampf oder Opfer betrachtet. Mitgefühl ist eine natürliche, intuitive Reaktion unseres Körpers. Wir denken ja nicht, oh, mein armer Finger ist verletzt. Vielleicht sollte ich ihm ja zur Hilfe eilen. Sobald wir eine Verletzung wahrnehmen, reagieren wir, weil der Finger ein Teil von uns ist. Durch Meditation erweitern wir allmählich unser begrenztes Bewusstsein, bis wir Mitgefühl für alle Wesen empfinden können. Es wären sie ein Teil unserer Familie. Wir erfahren, dass Mitgefühl wieder erweckt werden kann, wenn es durch traumatische Erfahrungen oder Ängste verschüttet wurde. Sogar ein hartgesottener Krimineller würde ein schreiendes Baby aus einem brennenden Haus retten. Wir alle kennen Momente, in denen die Offenheit und Schönheit unserer Buddha-Natur aufscheint. Buddha entwickelte einen genauen Übungsweg, um unser Zusammenleben mit anderen Menschen harmonisch zu gestalten. Ausgehend von Achtsamkeit und Verstehen Wollen, lernen wir auf diesem Weg, Geistesgewohnheiten zu unterscheiden und bewusst herbeizuführen. Sinnvolle Eigenschaften werden kultiviert, unheilsame, leidbringende Geistesgewohnheiten gilt es zu erkennen und loszulassen. Zwei typische geistige Grundhaltungen können wir bei uns und unseren Mitmenschen als Lebenseinstellung erkennen. Die eine ist geprägt von festen Vorstellungen und ausgeklügelten Konzepten über das Leben. Es gibt Bilder und Erwartungen, die sich erfüllen müssen und großen Unmut, wenn es nicht so kommt, wie man es sich vorstellt. Enge Gedankengebäude rufen andauernd Enttäuschung hervor. Sie wirken trennend und befremdend, verschließen das Herz und rücken unsere Nächsten weit weg von uns. Alles, was nicht ins Bild passt, was wehtut oder unangenehm ist, wird ausgeblendet. Dem starrköpfigen Menschen erscheint die Welt unfreundlich, sogar feindlich. Die andere Grundhaltung zum Leben zeichnet sich aus durch ein ständiges Bemühen um Verständnis, Offenheit und Loslassen. Wem die Verbindung zwischen Menschen wichtiger ist als die Kalkulation, wer bereit ist, seine Ansprüche zugunsten von gemeinsamen Lösungen loszulassen, dem erscheint das Leben wertvoll. Eine aufgeschlossene, akzeptierende Haltung zu allen Erfahrungen macht das Leben erst wirklich lebenswert. Je weiter wir auf dem buddhistischen Weg voranschreiten, desto mehr erfahren wir Leben als Bezogensein. Unsere Einstellung zu den Lebensereignissen zeigt, wie viel innere Reife sich bereits entwickelt hat. Mehr als bloßes Mitleid Mitgefühl wird gelegentlich dahingehend missverstanden, als sei es gleichbedeutend mit Mitleid. Tatsächlich ist Mitgefühl jedoch weit mehr. Es beinhaltet nicht nur ein Gefühl von Nähe, sondern auch Verantwortlichkeit. Wenn sie Mitgefühl entwickeln, verhilft ihnen dies zu innerer Stärke und Selbstbewusstsein. Gefühle von Angst und Unsicherheit hingegen nehmen ab. Die durch eine altruistische Haltung verkörperten Qualitäten von Mitgefühl und Liebe sind also von immenser Bedeutung für den Einzelnen, die Gesellschaft und die gesamte menschliche Gemeinschaft. Nichts steht dem Mitgefühl und der Liebe so sehr im Wege wie Wut und Hass. Damit wir Mitgefühl entwickeln können, kommt es daher ganz entscheidend darauf an, mit der eigenen Wut umgehen zu lernen und mit ihr fertig zu werden. Wenn sie nicht in der Lage sind, Gegenmittel anzuwenden und die eigene Wut zu überwinden, wird es ziemlich schwierig sein, Mitgefühl zu entwickeln und es wachsen zu lassen. Erkenne den inneren edlen Kern und die Schönheit in jedem Menschen. Der Glaube an unsere begrenzte und armselige Persönlichkeit ist uns so sehr in Fleisch und Blut übergegangen, dass wir uns gar nicht vorstellen können, wie wir ohne sie auskommen sollten. Könnten wir unsere angeborene Würde akzeptieren, würde dies zu radikalen Veränderungen in unserem Leben führen. Denn dann wären wir plötzlich in der Lage, Großes zu vollbringen. Und doch weiß ein Teil unseres Selbst, dass wir in Wirklichkeit nicht dieses ängstliche und beschränkte Wesen sind. Jeder von uns muss also seinen Weg zur Freiheit und Ganzheitlichkeit finden. Wenn wir von Mitgefühl sprechen, meinen wir gewöhnlich die Arbeit mit denjenigen, die sich in einer weniger glücklichen Lage befinden als wir selbst. Weil wir die bessere Ausbildung haben und gesund sind, sollten wir gegenüber den armen Leuten, die diese Dinge nicht besitzen, mitfühlend sein. Wenn wir jedoch mit den Lehren über das Erwecken von Mitgefühl arbeiten und tatsächlich versuchen, anderen zu helfen, gelangen wir unter Umständen rasch zu der Erkenntnis, dass Mitfühlendes Handeln ebenso viel mit der Arbeit an uns selbst zu tun hat, wie mit der Arbeit für andere. Mitfühlendes Handeln gehört zu den anspruchsvollsten Übungen überhaupt. Es gibt nichts anspruchsvolleres als die Beziehung zu anderen. Es gibt nichts anspruchsvolleres als Kommunikation, mitfühlende Verständigung. Eine mitfühlende Beziehung zu anderen aufzubauen, ist eine Herausforderung. Aufrichtig aus dem offenen Herzen zu kommunizieren und für jemanden wirklich da zu sein, sei es unser Kind, unser Partner, unsere Eltern, ein Kunde, ein Patient oder die obdachlose Frau auf der Straße, bedeutet sich diesem Menschen nicht zu verschließen und das wiederum setzt voraus, dass wir uns zuallererst nicht vor uns selbst verschließen. Das heißt nichts anderes, als unsere Gefühle zuzulassen und sie nicht wegzuschieben. Es heißt, jeden Aspekt von uns zu akzeptieren, selbst die Teile, die wir nicht mögen. Das verlangt vor allem Offenheit, im in offenem Raum, nicht gefangen in unserer eigenen Version der Wirklichkeit, können wir hören, sehen und fühlen, wer andere wirklich sind und angemessen mit ihnen kommunizieren. Vor kurzem habe ich mit einem alten Mann gesprochen, der seit vier Jahren obdachlos war und auf der Straße lebte. Niemand sieht ihn je an, niemand spricht mit ihm. Vielleicht gibt man ihm ab und zu ein wenig Geld, aber niemand schaut ihm je in die Augen und fragt ihn nach seinem Befinden. Das Gefühl für andere nicht zu existieren, das Gefühl von Einsamkeit und Isolation ist sehr stark. Er hat mich daran erinnert, dass es das Wesen mitfühlender Sprache ist, tatsächlich für die Menschen da zu sein, ohne sich aus Angst, Schrecken oder Wut zurückzuziehen. Möge ich alle Lebewesen vom Leiden und seinen Ursachen zu befreien. Möge ich ihnen helfen können, das Glück und seine Ursachen zu erfahren. Möge ich mich stets daran erinnern, dass Mitgefühl mit allem, was lebt, bei mir selbst beginnt. Dieses Mitgefühl für sich selbst hat nichts mit Egoismus zu tun, denn mit alle Lebewesen sind auch wir gemeint. So wie eine Mutter mit ihrem Leben vor jedem Schaden schützt, ihr eigenes, ihr einziges Kind, so entwickle allumfassende Liebe zu allem, was da lebt. Eine Liebe, die das ganze Universum in seiner Unendlichkeit umfasst, eine selbstlose Liebe, im Innersten frei von schwelendem Hass, eine Liebe, die sich keine Feinde macht. Wie meditiert man über Mitgefühl und Herzensgüte? Wenn wir wirklich den Wunsch haben, Mitgefühl zu entwickeln, so müssen wir dafür mehr als nur die Zeit aufwenden, die uns im Rahmen unserer formalen Meditationssitzungen zur Verfügung steht. Dies ist ein Ziel, dem wir uns von ganzem Herzen widmen sollten. Wenn wir uns täglich zu einer bestimmten Zeit hinsetzen und in Kontemplation vertiefen können, ist das sehr vorteilhaft. Frühmorgens lässt sich solch eine Kontemplation gut durchführen, weil unser Geist dann besonders klar ist. Doch es genügt nicht, wenn wir uns nur in dieser Zeit damit befassen, Mitgefühl zu entwickeln. Während unserer eher formalen Sitzungen können wir zum Beispiel daran arbeiten, Einfühlungsvermögen und ein Gefühl der Verbundenheit mit anderen zu entwickeln. Wir denken darüber nach, wie sehr ihnen ihre unglückselige, von Kummer und Leid geprägte Situation zu schaffen macht. Und haben wir dann echtes Mitgefühl in uns hervorgebracht, sollten wir es aufrechterhalten, wir sollten einfach dieses Mitgefühl erfahren und spüren, um eins gerichtet in dieser Erfahrung zu verweilen, ohne Gedanken nachzugehen oder Überlegungen anzustellen. So können wir diese Erfahrung voll und ganz in uns aufnehmen. Und wenn das Gefühl nachzulassen beginnt, greifen wir wieder auf rationale Überlegungen zurück, um erneut unser Mitgefühl hervorzurufen. Wir wechseln zwischen der einen und der anderen Meditationsmethode hin und her, ähnlich wie Töpfer ihren Ton bearbeiten, indem sie ihn, je nach Bedarf, anfeuchten oder modellieren. Am besten sollten wir anfangs nicht zu viel Zeit mit formaler Meditation verbringen. Wir brauchen nicht von heute auf morgen Mitgefühl für alle empfindenden Wesen zu entwickeln. Innerhalb eines Monats oder eines Jahres wird uns das auch nicht gelingen. Wenn wir unsere egoistischen Verhaltensmuster reduzieren und etwas mehr Interesse für andere aufbringen können, bevor wir sterben, haben wir unser Leben gut genutzt. Falls wir uns jedoch selbst unter Druck setzen, um binnen kurzer Zeit Buddhaschaft zu erreichen, werden wir unserer Praxis bald überdrussig sein. Allein schon der Anblick des Platzes, auf dem wir unsere Morgenmeditation durchführen, wird dann Widerstände in uns wecken. Der Buddhismus zielt auf die Schaffung einer Gesellschaft ab, die den zerstörerischen Kampf um Macht abgelegt hat, in der innere Ruhe und Frieden die Oberhand über Sieg und Niedernage gewonnen haben, die der Verfolgung Unschuldige abgeschworen hat, in der einer, der sich selbst bezwungen hat, mehr gilt als ein General oder Politiker, der mit militärischer beziehungsweise wirtschaftlicher Gewalt Millionen in die Knie gezwungen hat, in der Hass mit Freundlichkeit und dem Bösen mit Gutem begegnet wird, in der Feindseligkeit, Neid, Übelwollen und Gier keinen schädlichen Einfluss mehr haben auf den menschlichen Geist, in der Mitgefühl der Motor jeder Handlung ist, in der selbst dem geringsten aller Lebewesen mit Gerechtigkeit, Rücksicht und Liebe in Frieden und Harmonie frei von materiellen Sorgen auf sein höchstes und edelstes Ziel hin entwickeln kann, die Erkenntnis der höchsten Wahrheit, das Nirvana. Ich glaube, letzten Endes will jeder Mensch, der sich von einem spirituellen Leben angezogen fühlt, für die Welt von Nutzen sein. Wir wollen lernen, geistig gesund zu sein, in unserem Alltag unser Herz weiter zu öffnen und in einer immer chaotischeren Welt Vernunft und Mitgefühl zu kultivieren. Der erste Schritt ist es, uns unseren geistigen Dämonen zu stellen, indem wir uns selbst in der Meditation kennenlernen. Wir müssen erst einmal mit uns selbst Freundschaft schließen und uns selbst lieben, um überhaupt dafür zugänglich zu sein, die Welt zu lieben. Wir können jeden Morgen aufwachen und denken, es ist Zeit für die Schlacht, Ich gegen die Welt. Um zu gewinnen, können wir auf der Arbeit rücksichtslos sein, Gehaltserhöhungen und Beförderungen kassieren, uns die schärfsten neuen Technikspielzeuge zulegen und ein Supermodel heiraten. Diese Herangehensweise wird schnell fade und stressig, denn wir strampeln uns ständig ab, um die neue Sprosse auf unserer Karriereleiter zu erklimmen. Unsere Spielzeuge sind innerhalb weniger Monate veraltet und zu guter Letzt hält das blendende Aussehen unseres Partners auch nicht ewig. Unseren Tag als Schlacht zu betrachten, schneidet uns von der Welt um uns herum ab und erzeugt den Anschein, als sei unser Alltag etwas, das wir erobern, unterwerfen oder einfach nur überleben müssten. Du kannst dein Leben aber auch als ein fruchtbares Feld reichhaltiger Gelegenheiten ansehen. Wenn der Wecker angeht, kannst du dir eine Minute Zeit nehmen, um dir alles, was du in deinem Leben hast, durch den Kopf gehen zu lassen. Deine Freunde, Familie, was auch immer dir etwas bedeutet und es zu würdigen. Wenn du dich danach in deinen Tag begibst, könntest du dir ein wenig Zeit zu meditieren nehmen und feststellen, wie das bisschen Zeit, das du dir für dich nimmst, dir ein Gefühl von mehr innerem Raum Seite verleiht. Tust du das, wirst du wahrscheinlich entdecken, dass die Welt, die dir zuvor so einschüchternd vorkam, so bekämpfenswert, gar nicht so schwierig ist. Solange du einfach mal nicht deine festgefahrenen Leidenschaften, Aggressionen und Verwirrungen in jedes Szenario hineinträgst und stattdessen jede neue Situation mit freiem Raum erfüllst. Je weniger wir an unsere festgelegte Version davon glauben, wie die Dinge sein sollten, desto mehr können wir uns auf die tatsächliche Beschaffenheit der Dinge einlassen. Sind wir dazu fähig, so ist unser Leben keine Schlacht, sondern ein Spielplatz, auf dem wir uns austoben können. Unser persönliches Glück und unser persönliches Leid sind eng mit Glück beziehungsweise Unglück aller Wesen verknüpft. Sich dieser wechselseitigen Verbundenheit bewusst zu werden, führt dazu, dass sich ein natürliches Gefühl von Offenheit, Zuneigung und Freundlichkeit gegenüber anderen Wesen einstellt. Diese Erfahrung steht allen Menschen offen. Sie hängt nicht von der Zugehörigkeit zu einer bestimmten religiösen oder philosophischen Tradition ab. Das globale Leiden unserer Zeit Es gibt viele Beispiele für globales Leiden. Die Umweltzerstörung, die viele künftige Generationen tangiert, ist eine Krankheit unserer Zeit. Auch Terrorismus ist eine Krankheit unserer Zeit. Ein terroristischer Akt ist ein Akt der Gewalt, aber gleichzeitig ist er ein Akt der Verzweiflung. Auch religiöse Kriege gehören zu den Formen globalen Leidens. Fanatismus, Diskriminierung, Spaltung, Gewalt, wie auch ökonomische Krisen. Sie alle verursachen globales Leiden. Hunger, Krankheit und Armut an vielen Stellen in der Welt ebenso. Die Zerstörung menschlichen Lebens und des Ökosystems sowie die vielen sozialen Ungerechtigkeiten sind die Ursachen weltweiten Leidens. Nehmen wir einmal an, wir bitten einen politisch Verantwortlichen über diese Situation im Sinne der ersten edlen Wahrheit zu sprechen. Sie oder er würde vielleicht über Arbeitslosigkeit, Kriminalität oder eine Krise des Gesundheitssystems reden. Wenn wir uns zu Formen des Leidens äußern, wollen wir aber tiefer gehen. Die Politiker sprechen möglicherweise nur über die Symptome, nicht über die Wurzeln des Leidens. Ethischer Buddhismus geht tiefer. Er ist sehr persönlich und sehr genau. Dabei geht es auch um die vielen Wege, wie wir in jedem Moment ethische Entscheidungen treffen können. Wichtig ist, die Dimension des persönlichen Leidens einzubeziehen, zu erkennen, wie es sich als Spannungen oder Schmerz in Körper und Geist zeigt. Ohne Zweifel müssen wir Armut beseitigen und mit den Problemen der Erderwärmung und des wirtschaftlichen Niedergangs umgehen. Doch beginnen müssen wir mit den schmerzhaften Gefühlen in uns. Wir müssen uns darum zuerst kümmern. Haben wir uns nicht damit befasst, schaffen wir vielleicht ungewollt noch zusätzliches Leid, während unseres Versuchs, es zu mindern. Der Buddha begann in seiner ersten Lehrrede nicht als erstes vom Leiden an sozialem Unrecht, Armut und Hunger zu sprechen, Leben, auch wenn ihn all diese Dinge sehr bekümmerten. Er begann mit dem Mangel an Frieden in unserem Körper und Geist. Wir müssen auf realistische Weise und direkt an der Wurzel mit dem Leiden umgehen. Die Formen des Leidens sind miteinander verbunden. Jede Form des Leidens sollten wir bei seinem wahren Namen nennen. Doch all diese verschiedenen Formen existieren nicht getrennt voneinander, sie sind miteinander verbunden und bedingen einander. So ist die Gewalt in einer unglücklichen Familie mit dem Stress jedes Familienmitglieds verbunden. Jedes Elternteil ist zu gestresst. Sie haben keinen Frieden, keine Ruhe. Schon ein Wort, das eine Person ärgert, kann zu einer Eskalation führen. Das Leiden und die Streitereien in einer Familie beginnen also nicht mit Unfreundlichkeit. Sie beginnen mit dem Schmerz und Stress einer Person. Der Stress wird dann von dem Stress der anderen Familienmitglieder gewässert und Ärger und Gewalt blühen und gedeihen. Es gibt also eine Verbindung zwischen den Dingen, eine Wechselbeziehung. Das Leid einer Familie ist aber auch nicht nur auf die Familie beschränkt, es ist auch mit vielen anderen Dingen verbunden. Als Kinder lernten wir, dass Mut ist, was Krieger oder Entdecker antreibt, die sich kühn allen Gefahren stellen. Im buddhistischen Sinn aber zeigt sich großer Mut nicht in Aggression oder Ehrgeiz, die häufig Ausdruck von Angst und Illusion sind. Das mutige Herz ist jenes, das keine Angst hat, sich der Welt zu öffnen. Mitgefühl verleiht uns die Fähigkeit, uns ohne Panzer dem Leben zu stellen. Oder wie der Dichter Rainer Maria Rilke es in einem Brief ausdrückte, Leben hat Verwundbarkeit zur Voraussetzung. Dies ist keine verschwommene, poetische Vorstellung, sondern gelebte Wirklichkeit, die unsere am höchsten verehrten Weisen Tag für Tag in die Tat umgesetzt haben. Mahatma Gandhi beispielsweise brachte den Mut auf, ins Gefängnis zu gehen und sich schlagen zu lassen. Er durchlebte schwierige Situationen, ohne sich Bitterkeit und Verzweiflung zu überlassen. Seine Verletzlichkeit wurde zu seiner eigentlichen Stärke. Diese Art von Mut brauchen wir, wenn wir uns durch eine schwierige Trennung kämpfen, ohne Schmerz und Qual nachzugeben. Wir brauchen sie, wenn unsere Kinder in Schwierigkeiten geraten oder wenn in der Arbeit alles schiefläuft. In all diesen Situationen sind wir verwundbar und jeder, der darin verwickelt ist, braucht Mitgefühl. Mit Mitgefühl leben bedeutet nicht, dass wir all unsere Besitztümer weggeben, jeden Obdachlosen, den wir auf der Straße treffen, bei uns aufnehmen und uns aller Probleme in unserer Familie beziehungsweise Gemeinde annehmen. Mitgefühl ist keine Co-Abhängigkeit. Das heißt nicht, dass wir unsere Selbstachtung aufgeben oder uns blind für andere aufopfern. Im Westen herrschen manchmal keine klaren Vorstellungen diesbezüglich. Daher fürchten wir auch zu Unrecht, dass wir vom Leiden der anderen überwältigt werden, wenn wir zu viel Mitgefühl empfinden. Doch dies geschieht nur, wenn das Mitgefühl einseitig bleibt. In der buddhistischen Psychologie aber ist Mitgefühl ein Kreis, der alle Wesen umfasst, auch uns selbst. Mitgefühl entsteht nur, wenn wir sowohl uns als auch die anderen im Blick behalten, wenn die beiden Seiten der Waage im Gleichgewicht stehen. Mitgefühl ist nicht töricht. Es sorgt nicht einfach dafür, dass andere bekommen, was sie unbedingt haben wollen. Im Mitgefühl gibt es ein klares Ja, aber auch ein ebenso klares Nein, das vom selben Mut des Herzens getragen wird. Nein zum Missbrauch, Rassismus und Gewalt auf individueller ebenso wie auf globaler Ebene. Doch dieses Nein kommt nicht aus dem Gefühl des Hasses, sondern aus einer unerschütterlichen Fürsorge heraus. Buddhisten nennen dies das scharfe Schwert des Mitgefühls. Dies ist das klare Nein eines Menschen, der seine destruktiven Familienverhältnisse hinter sich lässt, und das schmerzhafte Nein eines anderen, der einem Süchtigen die Konsequenzen seiner Handlungen nicht abnimmt. Wo immer es praktiziert wird, bringt uns das Mitgefühl zurück ins Leben. Eine erleuchtete Gesellschaft schaffen Viele von uns sind bloß deswegen bei der Meditation gelandet, weil sie sich gestresst fühlen oder besser für sich sorgen wollen. Doch an einem bestimmten Punkt deiner spirituellen Reise kannst du nicht mehr einfach das ganze Leiden um dich herum ignorieren. Wenn dir das Elend auf der Welt bewusst wird, erblüht ganz von selbst Mitgefühl. Und eines Tages wird dir schließlich klar, dass es bei deinem Weg nicht bloß um deine eigene Situation geht, sondern darum, auf unserer Welt eine Veränderung zu bewirken. Ich glaube nicht, dass ausschließlich Meditierende ein Interesse daran haben, die Welt zum Besseren zu verändern. Wir alle wollen das. Selbst durchgeknallte Politiker wollen die Welt zu einem besseren Ort machen. Sie wollen die Welt halt nur nach ihrer persönlichen Vision davon gestalten. Wenn du es langsam angehen lässt und darüber nachdenkst, wie man die Welt ein wenig verbessern könnte, kommst du vielleicht zu dem gleichen Schluss, zu dem sehr viele buddhistische Meister der Vergangenheit gekommen sind. Wir können den Wandel, den wir sehen wollen, nicht von Geschwindigkeit und Aggression ausgehen lassen, sondern nur von mitfühlender Weisheit. Es ist schwierig, einen Weg zu finden, dies auch umzusetzen, vor allem angesichts der Tatsache, dass Vorbilder für sowas nur sehr rar gesät sind. Das Bemerkenswerte an unserer heutigen Gesellschaft ist, dass Leute oft aus völlig falschen Gründen berühmt werden, nämlich nicht etwa dafür, dass sie in irgendeiner Hinsicht sonderlich begabt wären, sondern dafür, dass sie reich sind oder sich beim Sex filmen lassen. Durch Boulevardblättchen und Klatschseiten im Internet werden solche Leute in einen Status nahezu gottgleicher Berühmtheit gehoben. Diese Anwärter und Anwärterinnen auf den Weltruhm werden von den Massen angehimmelt, die einerseits den Lebensstil der Promis beneiden und andererseits ihr Vergnügen an deren zahllosen Erniedrigungen haben. Gleichzeitig ist der Lokalmatador, der im Ausland seinen Militärdienst leistet, bei seiner Rückkehr nach Hause völlig auf sich allein gestellt. Die Familie, die jedes Wochenende ehrenamtlich in ihrer örtlichen Obdachlosenunterkunft aushilft, bekommt nur selten die Anerkennung, die sie verdient. Die alleinerziehende Mutter findet einfach niemanden, der mal umsonst auf ihr Kind aufpasst, damit sie einmal im Monat ins Kino gehen kann. Leute, die sich eifrig für das menschliche Wohlergehen einsetzen, erhalten kaum mal ein Dankeschön dafür. Und es gibt weder Webseiten, die sich mit ihren alltäglichen Aktivitäten beschäftigen, noch aufsehenerregende Schlagzeilen wie, Oliver kauft Obdachlosem ein Sandwich, Obdachloser sagt Danke. Um eine Gesellschaft zu schaffen, die auf Mut und Güte basiert, müssen wir dazu übergehen, nicht immer nur ans Ich zu denken. Momentan wachen viele von uns morgens auf und denken, ich hoffe, ich werde einen guten Tag haben. Wir kommen am Arbeitsplatz an und sagen uns, ich hoffe, ich bekomme die Anerkennung, die ich verdiene. Ich hoffe, diese Arbeit wird mich reicher machen. Wir kommen nach Hause und sagen, ich bin erschöpft und muss mich schonen. Ich brauche ein Bier und einen Fernseher, vor dem ich abhängen kann, um besser mit dem Tag klarzukommen, den ich hinter mir habe. Es kann echt anstrengend sein, uns Tag für Tag um uns selbst zu kümmern. Es ist kräftezehrend, einen Kokon zu erzeugen, indem man immer ans Ich denkt. Stell dir mal vor, wie es wohl wäre, wenn eines Morgens alle aufwachen und beschließen würden, den Fokus ihrer täglichen Aktivität davon abzuwenden, sich selbstständig in den Mittelpunkt des Universums zu stellen. Was wäre, wenn wir alle unseren Tagesablauf darauf ausrichten würden, anderen zu nützen? Mögen alle Wesen grenzenloses Wohlergehen und Frieden erfahren. Mögen alle Wesen stets mit Frieden gesegnet sein. All die Wesen, ob schwach oder stark, ob groß oder klein. All die Wesen, ob sichtbar oder unsichtbar, ob nah oder fern, ob schon geboren oder erst geburt erlangend, sie mögen mit Frieden gesegnet sein.